Padlet ist ein ganz, ganz toller Tennis-ähnlicher Sport. Man kann die ganzen Fähigkeiten, die man so Tennis mitbringt, eben so einsetzen, dass man sie neu verwendet, aber dass man darauf aufbaut. Eigentlich bin ich dank ihm auf den Paddelboards das erste Mal gekommen und jetzt hat es mich irgendwie gepackt und ich höre nicht mehr auf. Seit 18 Jahren spiele ich auch Paddeln, das wächst relativ schnell. Probiert es mal aus, es wird auf jeden Fall Spaß machen. Das ist interessant. Ich finde es gut. Gerne wieder. Gerne wieder.